Und wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, dass in den Winterferien einiges passiert ist. Denn wisst ihr, wer zu Beginn dieser Schulwoche bei uns an der Schule war? Die Bildungsministerin und ihr Staatssekretär sowie der Landesschulrat. Zwischen unseren Lehrern unserer Schule, unserer Schulsozialpädagogin und ihnen gab es eine aufgeschlossene Gesprächsrunde. Und hier sind unsere Campus-Felurs. Sechster auf Exkursion in der Wolfsschule. Schon seit Beginn des Schuljahres trug sich unsere Biologie-Lehrerin Frau Christine Witt mit dem Gedanken, Schüler und Schülerinnen Bäume zu pflanzen. Auf diesem Wege wollte sie ein nachhaltigeres Denken im Umgang mit unserer Umwelt anregen. Mit der Bio-Eichmühle GmbH & Co. KG, Basepol und dem Forst am Staffelhagen, fand sie Partner, die unter anderem auch diese Ziele verfolgen. Was lag da näher als eine Zusammenarbeit? Zumal der Rötterstädter Schulcampus Staffelhagen schon seit vielen Jahren mit dem Forstamtsleiter Herrn Ralf Hecker und dem Waldpädagogen Herrn Jörg Helwig kooperiert. Am Donnerstag, dem 02.02.2023, war es endlich soweit. Insgesamt 100 Schüler unserer vier sechsten Klassen machten sich auf den Weg in die Wolfsschule. Hier galt es mehrere Stationen zu bearbeiten. Station 2 widmete sich dem Waldumbau und der Aussaat von Samen der Weißtanne. Insgesamt jeweils 200 Samen auf insgesamt 30 verschiedenen Flächen wurden durch die Schüler ausgebracht. Warum aber ausgerechnet Samen der Weißtanne? Die Kinder erfuhren, dass dieser Baum aufgrund seiner tiefen Wurzeln mit der Trockenheit besser klarkommen als andere Baumarten. Und dabei sieht er optisch nicht viel anders aus als die Fichte. Spaß machte den Schülern auch die praktische Anwendung von Mathematik. So wurden Stämme, Vermessen, Fest- und Raummeter an verschiedenen Beispielen errechnet. Und unsere Sechster erfuhren eine ganze Menge über die Aufzucht von Bäumen. So wissen sie jetzt, was man unter dem Verbliss versteht oder dokumentieren gleich vor Ort, an wie vielen Bäumen die Tiere herumgeknabbert haben. Großer Dank hier auch noch einmal an die Mitarbeiter des Forksamt Staffenhagen und Herr Carsten Pohl, dem Geschäftsführer der Bio-Eichenmühle GmbH und KUKAG Basifohl. Emma gewinnt den Regionalscheid zum Vorlesewettbewerb. Nachdem Emma Bischorner aus der Klasse 6a am 20.10.2022 den Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen auf den Reutestädter Schulcampus gewann, stand am 1.3. nun die nächste Herausforderung für sie an. In der sogenannten Regionalrunde hatte sie sich jetzt mit den besten Vorleser und Vorleserinnen der Schulen der Region zu messen. Mädchen und Jungen von Bildungseinrichtungen aus Machin, Alpen Treptow, Dermin, Dagun, Remplin und Tützpatz lasen einen vorbereiteten und einen unbekannten Text und wollten mit ihren Leistungen die Jury von ihren Lesekompetenzen überzeugen. Das gelang in der Stadtbibliothek Machin in hervorragender Weise unserer Emma. Sie gewann den Wettstreit und wird nun unsere Schule und Region beim Landtausscheid in Schwerin vertreten. Schon jetzt wünschen wir viel Erfolg, herzlichen Glückwunsch und herzlichen Glückwunsch auch an ihre Deutschlehrerin Frau Rentsch, die Emma vorbereitete und sie auch zum Wettbewerb begleitete, unterstützte. 3, 2, 1, 5. Hallo, wir sind hier heute vom ZU-TV mit beim Wandertag der GZN A und B. Wir stehen hier gerade vom Bundestagsgebäude, wo wir auch gleich die Dachkuppel besichtigen werden. Ja, wir haben einen schönen Aufenthalt. Bis dann. Denkstättenfahrt unserer Zehner. Insgesamt ca. 100 Schülerinnen und Schüler unserer zehnten Klassen der regionalen Schulen und des Gymnasiums vom Schulcampus Stoffenhagen machen sich am 2. und am 7. 3. 2023 auf Exkursion in die Bundeshauptstadt Berlin. Hier standen zwei Ziele, die unmittelbar und sehr nachhaltig mit der deutschen Geschichte zu tun hatten, auf dem Programm. Vorbereitet und begleitet durch den Fachkonferenzleiter Geschichte, Herrn Elster, besuchten die Jugendlichen den Deutschen Bundestag, erhielten dort einen Rundgang durch das geschichtsträchtige Haus und konnten von der Glaskuppel einen Blick über Berlin werfen. Sie besuchten, eingeleitet durch einige Informationen, das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Die Wirkung des Stillenfelds, entworfen vom amerikanischen Architekten Peter Eisenmann, beeindruckten schon mächtig. Vielen Dank an Herrn Elster und die Fachlehrerinnen und Klassenleiterinnen Frau Wenzel, Frau Rösler und Herrn Straßburg. Fritz-Reuter-Bühne gastiert auf Reuter-Städter-Schulcampus. Einmal mehr sorgten Schauspielerinnen vom Mecklenburgischen Staatstheater aus Schwerin für ein besonderes Theatererlebnis auf dem Reuter-Städter-Schulcampus. Nach 2021 kastierte das Ensemble von der Fritz-Reuter-Bühne erneut an unserer Schule mit einem Stück, das inhaltlich sehr emotional in der Geschichte 80 Jahre zurückgeht und sich mit der Verfolgung von Juden und dem Mut einer Frau, diese vor dem Angriff des Nationalsozialismus zu verstecken befasst. Niederdeutschkoordinator Herr Guillo hatte dazu eingeladen, um Schülerinnen und Schülern vom Staffenhagener Schulcampus die plattdeutsche Sprache näher zu bringen. Das gelang den Schauspielern Anna Reinhardt und Simon Grundbach mit dem Theaterstück »Innerste Schuflaat« links in hervorragender und beeindruckender Weise. Entsprechend positiv war dann auch das Feedback nach der Aufführung. In zwei Vorstellungen erhielten die insgesamt über 100 Jugendlichen aus den Klassen 8 und 10 der regionalen Schule und des Gymnasiums einen kleinen Einblick in die Theaterwelt. Die Schule hofft über das Projekt »Theater in der Schule«, das bereits seit 30 Jahren erfolgreich läuft, den Kindern und Jugendlichen die Kunst des Theaters näher zu bringen. Vielen Dank an die Schauspieler, die Techniker, Herrn Asmus und Herr Guillo. Hallo, hier sind wir wieder vom SchulTV. Wir haben heute Herrn Heunkies zu Gast, der uns etwas Wichtiges zu verkünden hat. Ja, sehr geehrter Herr Heunkies, Dankeschön, dass Sie sich heute Zeit vor uns genommen haben. Ja, wir haben gehört, dass in der letzten Woche ein Koffer für die in der Schule angekommen ist. Könnten Sie uns verraten, was da drin ist? Wir als Schule haben drei Klimakoffer bekommen von der Maximilians-Universität aus München. Und diese Koffer sehen von innen so aus. Doch, wie kam es überhaupt dazu, dass wir diese Klimakoffer kostenlos bekommen haben? Das Ganze ist eine Aktion der Haribo-Stiftung. Das sind wirklich die Bärchen dahinter. Und die geben wiederum diese Koffer drei an der Zahl an die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern aus. Und womit ist so ein Koffer ausgestattet? Also in dem Koffer sind viele Materialien drin, insgesamt für zwölf verschiedene Stationen, Experimente und ähnliches, die damit durchgeführt werden können. Darunter natürlich das Handbuch oder hier verschiedenes Stativmaterial ist dabei, eine Lampe für Experimente, wenn es um Wärme geht. Und hier haben wir noch eine Kiste mit allerhand Materialien fertiggepackt für die Experimente, sodass man eigentlich sofort loslegen kann. Gibt es denn bereits schon irgendwelche Erfahrungen mit der Arbeit mit den Klimakofferlern an unserer Schule? Ja, die gibt es. Wir haben Anfang dieses Schuljahres einen Tag durchgeführt mit den 9., den R10ern und den 11. Klassen und haben ausgewählte Stationen und Experimente aus diesem Kofferlern durchgeführt und haben reichlich positive Erfahrungen gesammelt und die wollen wir auch weiter umsetzen. Ja, sicherlich haben Sie sich mit Ihren Kollegen und Kolleginnen schon mal beraten und können Sie uns verraten, wofür die Sachen genutzt werden? Ja, diese Idee von diesem Projekttag wird bleiben. Wir werden das in den Klassen 9, 10 und ab nächstem Schuljahr in Klasse 12 einsetzen. Das hat was mit den Inhalten in den Klassen zu tun, aber es wird wieder so ein Projekttag sein, wo eine Klasse oder eine Klassenstufe einen ganzen Tag an ausgewählten Experimenten arbeitet zum Thema Klimawandel verstehen und handeln. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich mit uns hier zu unterhalten heute und wir wünschen Ihnen in Zukunft noch viel Spaß mit dem Kofferlern. Dankeschön. Vielen Dank.